Herzlich willkommen hier auf dem heißen Stuhl des Klinikum Mutterhaus in den Mutterhausstudio. Das gefällt mir eigentlich ganz gut hier unten, muss ich sagen, in unserer Cafeteria. Das sollten wir öfters machen und mehr so Angebote vielleicht auch liefern. Wir haben jetzt hier unsere medizinisch, technisch, radiologischen Assistentinnen und Assistenten mit sozusagen den Leitungen oder stellvertretenden Leitungen. Das ist ja jetzt ein Beruf, der nicht jedem so präsent ist. Also im Krankenhaus weiß man ja, da gibt es Ärzte, da gibt es Pflege, da gibt es auch in der Verwaltung Mitarbeiter. Aber medizinisch, technisch, radiologische Assistenz ist ja vielleicht was, was nicht so ganz greifbar ist. Und das wollen wir euch jetzt etwas näher bringen, weil das auch ein ganz interessanter Beruf ist. Und ich bin ja auch Gefäßchirurg und arbeite zum Beispiel mit dem Markt ganz viel zusammen. Insofern weiß ich auch, wie wichtig euer Beruf ist, weil die Radiologie ist ja so eine Schnittstelle im Krankenhaus, die alle Abteilungen bedient. Nicht nur die Radiologie, alles was strahlt, sage ich mal, ist ja mal hier vertreten. Und wir sind ein großes onkologisches Zentrum. Wir haben eine große Unfallchirurgie. Wir haben so viele Disziplinen, die alle irgendwie mal auch Untersuchungen brauchen, die in diesen diagnostischen Sphären durchgeführt werden, die Sie hier heute vertreten. Und insofern freue ich mich ganz besonders, dass die Merle Steinmacher, die Narada Loray und die Sandra Quintus hier vertreten sind und links der Marc Welter, habe ich ja eben schon gesagt. Wir arbeiten ja unter der Woche auch zusammen. Herzlich willkommen. Vielleicht mal, Frau Loray, Sie kommen ja aus der Strahlentherapie. Das ist was, was nicht jedem so bekannt ist. Was ist denn Strahlentherapie? Was haben Sie da für Geräte? Was haben Sie für Patienten, die da behandelt werden? Und was ist das für ein Team, was da arbeitet? Also in der Strahlentherapie arbeiten wir mit Großgeräten. Wir arbeiten mit Großgeräten, wo onkologische Patienten bestrahlt werden. Das heißt also zum Beispiel Brustkehepatienten, Prostatapatienten, die zu uns kommen nach der jeweiligen Diagnostik und dann bei uns einen Plan erstellt bekommen und wir daraufhin dann die Bestrahlung durchführen an den jeweiligen Organen und an den jeweiligen Geräten. Wir haben ein Team aus, muss ich überlegen, acht Mitarbeitern, genau, unterschiedlichen Mitarbeiter aus allen Regionen, sage ich mal und es ist ein sehr schönes, interessantes, gutes, tolles Team. Sie haben ja Bunker, wo diese Beschleuniger drinstehen. Genau. Deswegen, was ist denn ein Beschleuniger, wenn man so immer hört, ja, da gibt es Beschleuniger, da gibt es Bunker, was ist denn ein Beschleuniger? Also ein sehr komplexes, eine sehr komplexe Maschine. Grundsätzlich ist es so, dass dort eigentlich der Strahl sozusagen beschleunigt wird, umgeleitet wird und dann mit, ja, auf den Patienten sozusagen trifft. Ganz einfach erstmal gesprochen, genau. Und das machen Sie ja nicht alleine, da haben Sie ja Physiker auch dabei und Ärzte und das ist schon spannend. Und wie bespricht man denn so die Patienten? Gibt es da Meetings? Gibt es da Konferenzen? Wie legt ihr denn fest, da unten, welche Therapie der Patient jetzt bekommt? Und was ist in diesem Setting dann genau die Aufgabe der MTA? Also der Patient kommt zu uns in der sogenannten Erstvorstellung, wo also dem jeweiligen Facharzt vorgestellt wird. Wir, dort bespricht der Arzt dann jeweils mit dem Patienten, worum es da geht, also das erste Aufklärungsgespräch. Seine Bedenken werden dort gesprochen, was genau wir dort machen werden, welche Nachwirkungen, welche Risiken gibt es bei der Strahlentherapie, die nicht unerheblich sind. Und muss darüber gesprochen werden, dann ist es so, dass der Patient dann eigentlich einen Verlauf hat, durch und bei uns in der Therapie, dass er dann zu uns kommt, zu einer sogenannten Planung. Das heißt, wir brauchen Bilder, wir müssen Bilder erstellen, um zu wissen, wo wir genau bestrahlen wollen. Es gibt Regionen mit sogenannten Risikogebieten oder Risikoorgane, die wir festlegen müssen, die wir ja bezeichnen müssen. Diese Bilder wandern sozusagen zum Arzt, der dann einzeichnet, wie wir bestrahlen wollen, wie wir das jeweilige Volumen bestrahlen wollen. Und das wandert dann auch wieder zu einem Physiker, also zu einem technischen Bereich, die daraus aus diesen Bildern dann einen Plan erstellen. Also ein ganz spannendes Thema und natürlich auch eine Teamleistung. Auf jeden Fall. Alles im Mutterhaus, im Prinzip nur als Team zu bewerkstelligen ist. Sandra Quintus, herzlich willkommen. Sie sind in der Nuklearmedizin, auch sowas, was wahrscheinlich viele erst kennenlernen, wenn sie es brauchen. Wir haben ja ein großes Mix jetzt hier an MTRAs. Wie ist das denn, kann man da rotieren durch die einzelnen Bereiche Radiologie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin? Muss man sich, wenn man hier kommt, schon direkt für was entscheiden? Wie ist denn da der Weg und wer entscheidet denn, wo man anfängt zu arbeiten? Also im Moment ist es noch nicht so, dass die MTRs in den Bereichen rotieren, weil die Bereiche eigentlich auch viel zu komplex sind, würde ich jetzt mal sagen. In der Nuklearmedizin zum Beispiel werden Stoffwechselvorgänge im menschlichen Körper dargestellt mit Hilfe von radioaktiv markierten Substanzen. Je nachdem, welche Untersuchungen man dann durchführt, wird die radioaktive Substanz über die Armvene in den menschlichen Körper injiziert und nach einer gewissen Einwirkzeit werden dann Zintigraphien durchgeführt. Das sind halt sämtliche Organe im Körper oder halt auch Knochenzintigraphien. Des Weiteren haben wir noch in der Nuklearmedizin eine PET-CT-Abteilung, wo wir vorrangig Tumorpatienten untersuchen und wir haben auch eine Therapiestation, wo halt auch mit den radioaktiven Substanzen Therapien durchgeführt werden. Ja, das ist ja das, was uns in der Nuklearmedizin auch auszeichnet. Genau, richtig. Wir haben ja auch eine Bettenstation. Wie viele MTRAs haben Sie denn? Also wir sind momentan zehn MTRAs, damit sind wir auch sehr gut besetzt und brauchen die halt auch, weil wir halt auch Großgeräte haben, wie in der Strahlentherapie oder in der Radiologie auch. Gut besetzt heißt aber nicht, dass man sich nicht dennoch bewerben kann bei uns? Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Und ihr seht ja auch, gut besetzt auf der einen Seite heißt vielleicht, dann fehlt in einem anderen Bereich jemand und wenn man langfristig dann sagt, ich möchte in die Nuklearmedizin, das aber jetzt direkt nicht geht, haben wir natürlich auch immer Möglichkeiten, euch dann in anderen Bereichen einzusetzen. Insofern bewerben, wenn ihr hier bei uns arbeiten wollt und es gelingt uns in der Regel immer, euer Ziel festzulegen und dann gemeinsam dieses Ziel auch zu erreichen. Marc, war ja ein spannendes Jahr, letztes Jahr, befördert worden. Genau, befördert worden. Wie war denn so der Weg jetzt von Ihnen hier bei uns im Mutterhaus? Sagen Sie vielleicht mal ganz kurz, was Sie jetzt sind. Jetzt bin ich im Prinzip. Wo Sie befördert wurden und was im Vorfeld so die Entwicklung bis zu dieser Position jetzt war. Genau, ich fange vielleicht mal ganz vorne an, da ich ja auch bei so Tagen wie heute glaube ich so ein Vorzeigemodell bin, was solche Wege in so Berufe angeht. Mein Weg fing ja eigentlich mal an mit einem neunmonatigen Zivildienst. Damals im Jahr 2009, habe mich selber nie in der Medizin gesehen und bin dann letzten Endes dann doch irgendwie hängen geblieben. Also ich dachte mir nach neun Monaten, das wäre damals, ich glaube Mitte 2010, hat sich das mit dem Mutterhaus für mich dann so erledigt. Dann ist der Zivildienst abgeschlossen und dann geht es wieder weiter in eine andere Richtung. Wusste aber selber ehrlich gesagt nie wirklich, wo ich beruflich hin möchte. Und letzten Endes hat das Mutterhaus es dann doch geschafft, dass ich zuerst, das habe ich im letzten Jahr auch schon gesagt, dieses Team als solches, diese große Familie im Mutterhaus lieben gelernt habe oder mögen gelernt habe, sage ich mal. Und anschließend ging es dann zur Ausbildung auch nach Mainz. Damals war mir aber schon bewusst, dass dieser Beruf schon was für mich ist. Und im Laufe der Jahre, im zweiten Schritt, kam dann auch diese Liebe zum Beruf. Dann bin ich an die Uniklinik nach Mainz von 2010 bis 2013, habe dort meine Ausbildung gemacht. Seit 2014 bin ich dann wieder zurück im Mutterhaus. 2016 habe ich den interventionellen Teil der Radiologie übernommen. Und ja, seit dem 01.01. jetzt bin ich dann die stellvertretende Leitung der Radiologie von den MTAs. Also auch für dich neu, oder? Du hast du überrascht. Total neu. Okay, dann. Vielen Dank. Was man hier bei unseren atöbigen Karriere-Tagen alles lernt. Aber ich glaube, wir sind uns auch alle einig, der Markt ist ein Vorzeigemodell immer und nicht nur an ganz speziellen Tagen. Also die Radiologie ist ja auch bei uns eine der Abteilungen, die Karneval gerne und ausgiebig feiert. Ja, die letzten zwei Jahre mussten wir da so ein bisschen. Was dieses Jahr auch wieder leider digital stattfinden muss. Aber ich verrate ja kein Geheimnis, Marc, Sie mögen Eierlikör. Und insofern lässt sich ja dann auch Karneval... Das zeigt natürlich auch wieder so eine... Karneval lässt sich ja auch Karneval dann ganz gut ertragen. Genau, richtig halt. Merle Steinmacher, hallo, herzlich willkommen. Sie sind eine Stipendiatin des Klinikum Mutterhaus. War, war. Bis September. Ja, war eine Stipendiatin bei uns. Vielleicht mal für die Zuhörer draußen. Was ist denn ein Stipendium und was hat das denn für Vorteile und was macht uns denn so attraktiv, wenn wir so Stipendien anbieten? Also das Stipendium ist zum einen erstmal ein Vorteil, was das Finanzielle angeht. Damals, als ich angefangen habe mit der Ausbildung, war die Ausbildung noch ohne Vergütung. Und das war natürlich eine riesige Erleichterung dann mit dem Stipendium. Konnte man zum Beispiel den Zug nach Homburg finanzieren. Ich habe meine Ausbildung in Homburg gemacht, weil es hier leider nicht möglich ist. Und den praktischen Teil konnte ich dann aber durch das Stipendium auch wieder hier in Trier im Mutterhaus absolvieren. Ich habe dort alle drei wichtigen Abteilungen für die MTRAs kennengelernt. Die Strahlentherapie, die Nuklearmedizin und auch die Radiologie. Und letzten Endes bin ich jetzt auch in der Radiologie hängen geblieben und es gefällt mir sehr gut. Wo haben Sie denn die Ausbildung gemacht zur MTRA? Und wie bewerbe ich mich denn dann auch an dem Ort, wo diese Ausbildung stattfindet? Ich habe die Ausbildung an der Uniklinik in Homburg gemacht, also den theoretischen Teil. Das waren zwei Jahre, die habe ich dort absolviert. Und beworben habe ich mich direkt an der Schule und auch für das Stipendium dann hier im Mutterhaus. Wie hoch ist denn das Stipendium? Das Stipendium waren 250 Euro im Monat. Das war schon eine Erleichterung. Also auch da nochmal die Botschaft. Natürlich gibt es Berufe, die bei dem aktuellen Fachkräftemangel mal schwerer und mal leichter zu besetzen sind. Da sind wir immer bereit, auch Lösungen zu finden. Auch mal entweder Stipendien auszusprechen oder Lösungen zu finden, dass wir etwas vorfinanzieren. Und wenn ihr dann eine gewisse Zeit bei uns arbeitet, sich das sozusagen gegenrechnen lässt. Also bitte nicht irgendwie verzweifeln oder verzagen. Lieber einmal mehr bei uns anrufen, dass wir versuchen können, gemeinsam eine Möglichkeit zu finden. Marc, die Radiologie ist ja ein Riesenbereich. Was habt ihr denn da alles und was macht es denn so interessant und was ist denn so Ihr Lieblingsgerät sozusagen in der Radiologie? Genau, also vom Grunde auf besteht die Radiologie aus verschiedenen Großgeräten. Also wir haben einmal dieses ganz konventionelle Röntgen, was man überall kennt, diese ganz normalen Röntgenbilder, die wir machen. Dann haben wir zum anderen den Computertomografen, was man unter dem CT versteht, das MRT. Und ja, mein Lieblingsbereich, das wissen Sie auch, Dr. Sprenger, ist natürlich die interventionelle Radiologie, wo ich auch seit 2016 fast durchgehend zu finden bin. Und das Schöne an diesem Bereich, wo ich jetzt speziell seit 2016 bin, ist natürlich, dass das einer der wenigen Bereiche ist in der Radiologie, wo man Diagnostik und gleichzeitig auch Therapie vereinen kann. Dass man möglichst schnell den Patienten helfen kann und das von jetzt auf gleich ein Problem, was der Patient wahrscheinlich über Jahre mit sich trägt, lösen kann. Und ich glaube, das ist unser aller Ziel am Ende des Tages, dass wir Menschen helfen können, die in einer besonderen Situation gelandet sind. Ich sage mal, die wenigsten kommen freiwillig zu uns in die Klinik und da haben wir alle zwei Möglichkeiten, in die eine oder in die andere Richtung zu gehen. Und ich glaube, besser gelaunt sind wir alle, wenn es gut ausgegangen ist und wir helfen konnten. Jetzt sind ja alle Bereiche mit Großgeräten sozusagen verbunden. Und da ist ja auch eine unheimliche Entwicklung, also auch in der Nuklearmedizin, was wir da heute machen und was wir für Angebote liefern können. Das war ja vor zehn Jahren noch undenkbar bis dahin, dass wir ja tatsächlich jetzt unsere eigene Therapie herstellen können. Ich glaube, da müssen wir nicht ins Detail gehen, weil das ist selbst sozusagen für mich noch schwer zu verstehen. Aber wie ermöglichen Sie denn Ihren Kolleginnen und Kollegen da auch mit Schritt zu halten? Also wie bilden wir denn da unsere Mitarbeiterinnen fort? Also zum einen haben wir in unserer gesamten Abteilung ein Rotationssystem. Also es werden alle Mitarbeiter in allen Bereichen, an allen Geräten ausgebildet und angelernt. Es gibt natürlich jetzt halt so spezielle Bereiche, wo wir nur einen bestimmten Kollegenstamm haben, wie jetzt die neu angefangene Radiopharmazie. Da werden natürlich nicht alle Mitarbeiter eingearbeitet, weil es viel zu kompliziert auch ist. Des Weiteren wird den Mitarbeitern auch ermöglicht, an externen Fortbildungen teilzunehmen, was auch vom Mutterhaus unterstützt wird, finanziell. Und ja, also das ist eigentlich immer jederzeit willkommen, wenn Mitarbeiter sich interessieren und sagen, sie möchten gerne eine Fortbildung besuchen, dass das dann auch ermöglicht wird. Ja, wir wollen ja auch die Leute nicht überfordern, mit Aufgaben sozusagen versehen, die dann zur Unruhe führen. Aber es ist halt auch ein sehr komplexer Bereich, wo man sich halt auch immer wieder selber aktualisieren muss, sage ich jetzt mal, damit man auch auf dem Laufenden bleibt. Also schon auch eine Spezialisierung innerhalb der Berufsgruppe. Und deswegen auch die Schwierigkeit einer Rotation, weil es doch in dem Bereich immer auch so viele Entwicklungen gibt. Also es ist dann wirklich schwierig, dass man dann innerhalb der Radiologie und Strahlentherapie, wenn man da noch rotieren würde, das wäre, glaube ich, zu komplex mittlerweile. Wir haben vorhin bei den Studenten und Studentinnen gefragt, wie kam denn die Entscheidung, Ärztin, Pflegekraft zu werden? Wie kam denn bei Ihnen die Entscheidung, MTRA zu werden? Ist ja jetzt nicht so der Beruf, den man bei Jugendlichen, wenn sie sich damit beschäftigen, jetzt als Ersten sehen würde. Das stimmt. Das war bei mir auch ein großer Zufall. Ich war auf einer Berufsinformationsmesse, der Bucatium, war dann auch bei dem Stand vom Mutterhaus. Und eine jetzige Kollegin hat mich dann gefragt, ob sie mir ihr Beruf vorstellen soll. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mir was vorstellen kann unter dem Beruf MTRA. Natürlich wusste ich auch nicht, was eine MTRA macht und was dazu gehört. Dann hat sie mir alles erklärt und ich war sehr begeistert dafür. Eigentlich habe ich was ganz anderes vorgehabt auf der Bucatium, aber habe dann direkt einen Praktikumstermin vereinbart im Mutterhaus. Und es hat mir wirklich sehr gut gefallen und direkt danach habe ich mich auch bei der Schule beworben. Also ihr seht, wir sind auch auf den Messen vertreten. Da nochmal ein großer Dank und Lob auch an unser Personalmanagement, die immer versuchen, da auch aktuell zu informieren. Wir, bleibe ich dabei und kann es immer nur wiederholen, beantworten gerne alle eure Fragen. Wenn Sie hier reinkommen, nachher im Aftertalk, aber auch wenn dieser Tag rum ist, ruft an, ruft bei unserem Recruiting an, ruft in der Personalabteilung an. Und wir möchten, dass ihr euch bei uns wohlfühlt und wir möchten euch gerne hier in unsere Mutterhausfamilie aufnehmen. Und da sind wir auch bereit, sehr viel zu investieren. Marc, was ist denn jetzt noch möglich sozusagen in der Entwicklung bei uns? Stellvertretende Leitungen, was gibt es denn noch für Entwicklungsmöglichkeiten oder ist es jetzt gut damit? Bei mir persönlich meinen Sie? Ja. Schauen wir mal, was noch so kommt. Gut, aber bei uns gibt es immer Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Auch der Oliver Zimmer hat ja vorhin gesagt, Digitalisierung ist bei uns ein ganz großes Thema. Also wir haben jetzt auch aus den einzelnen Bereichen, haben wir Leute gefragt, ob sie uns nicht helfen wollen, auch die Digitalisierung weiterzuentwickeln. Da sind dann Ärzte, Pflegekräfte, Arzthelferinnen, aus der Verwaltung Leute dabei. Also auch innerhalb unserer Klinik gibt es immer wieder Möglichkeiten, andere Felder kennenzulernen und sich neu zu orientieren. Die Viola fragt, weil ich gerade von der Digitalisierung spreche, wie viele Mitarbeiter habt ihr in der IT-Abteilung? Wir haben da ungefähr 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind aber auf der Suche und würden das gerne noch etwas ausbauen. Das sagt euch vielleicht nicht was, aber es gibt das sogenannte Krankenhaus-Zukunftsgesetz, wo wir relativ viel Geld bekommen, aber auch in einer relativ kurzen Zeit uns digital massiv nach vorne entwickeln müssen und möchten. Und da sind wir froh um jeden, der uns auf diesem Weg unterstützt. Der Ibrahim fragt, können Sie etwas zu Ausbildungsberufen oder dualen Studiengängen im Verwaltungsbereich sagen? Da kann ich sagen, ja, wie gesagt, wir haben eine Kooperation mit der Hochschule in Mannheim. Und wir haben hier auch im kaufmännischen Bereich schon zwei Leute, die hier auch nach diesem Studium bei uns arbeiten. Also ein kaufmännischer Studiengang ist sozusagen möglich und das können wir auch anbieten. Die Emma Stein fragt, hallo, ich möchte gerne Hebamme werden, werde dafür im Sommer in Schweiz mit meinem Fachabitur beginnen. Ich benötige einen Praktikumsplatz und werde 16 Jahre alt sein, wollte fragen, ob ich dann auf der Entbindungsstation ein Praktikum absolvieren darf. Ich habe ja vorhin gesagt, Praktika absolvieren bei uns überhaupt kein Thema, auch Schulpraktika sind kein Thema. Ob du jetzt mit 16 schon überall hin darfst, wo du möchtest, kann ich dir nicht garantieren. Wäre aber auch genau wieder eine gute Sache nachher für den Aftertalk. Der Stefan Lutz, unser Pflegedirektor, kennt sich da gut aus. Ich weiß zum Beispiel, dass man unter 16 noch nicht in den OP darf bei uns. Ab 16 darf man zum Beispiel in den OP. Aber wenn es dann natürlich strahlt, darf man da nicht dabei sein. Aber Hebamme auch ein ganz spannender Beruf. Emma, vielleicht bleibst du mal dran, weil nachher kommen auch noch unsere Hebammen hierher. Und dann können wir diese Frage da auch nochmal gemeinsam besprechen. Großes Dankeschön an alles, was strahlt. Hat mir sehr gut gefallen, hier zwischen diesen strahlenden Personen jetzt hier zu sitzen und nicht nur vom Licht angestrahlt zu werden. Also ihr seht, die Stimmung ist gut. Es gibt unheimlich viele spannende Berufe. Und jetzt geht es dann gleich mit unseren Psychologinnen und Psychologen weiter. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.